Deutsch gesagt beschissen. Da hat man sich was anderes vorgenommen und vorgestellt zum Saisonabschluss. Gerade zu Hause waren heute ein paar Fans da, auch so die Jugendmannschaften, die wollten halt gern noch mal was sehen von uns und das wollten wir eigentlich nicht präsentieren. Es war zwar ein Spektakel, aber leider auf der verkehrten Seite. Es fühlt sich wunderschön an. Das ist richtig geil. Geiler Saisonausklang, super einfach. Wir wollten eigentlich von der ersten Minute vorne drauf und die gar nicht ins Spiel kommen lassen, sondern viel Druck ausüben und einfach noch mal zum Abschluss alles geben, also sich richtig den Arsch aufzureißen. Wir hätten was Historisches heute erreichen können mit einem siebten Platz zum Saisonende. Das stand natürlich auch ganz oben auf der Agenda, aber es ist uns leider nicht geglückt. Das bringt immer Spaß. Derby, Rogenbergen, bringt immer Spaß. Pindelberg oder so. Situation. B démonten. B démonten. B démonten. Vielen Dank.